Hallo meine lieben Kinder. Jetzt kommen immer noch die Farben. Teil 5 Wie ist die Socke? Die Socke ist grau. Wie ist der Elefant? Der Elefant ist braun. Der Elefant ist braun. Wie ist der Mahlkasten? Der Mahlkasten ist bunt. Der Mahlkasten ist bunt. Wie ist die Federmappe? Die Federmappe ist schwarz. Die Federmappe ist schwarz. Jetzt wiederholen wir alle 4 Farben zusammen. Wie ist die Socke? Die Socke ist grau. Wie ist der Elefant? Der Elefant ist braun. Wie ist der Mahlkasten? Der Mahlkasten ist bunt. Wie ist die Federmappe? Die Federmappe ist schwarz. Wie ist das Federmäppchen? Das Federmäppchen ist schwarz. Danke. Das war's für heute. Tschüß! Wie ist das? Wie ist das?